Hallo und herzlich willkommen zur dritten Liga hier bei uns auf KRONE AT und KRONE TV. Heute die Entscheidung, wie geht es weiter im Amateurfußball von der dritten Liga abwärts, von der Regionalliga ostabwärts und ich darf Gerhard Milletich, den Präsidenten des Burgenlandischen Fußballverbandes ganz herzlich bei mir begrüßen. Hallo Gerhard. Hallo, servus. Im Studio hätte ich dich natürlich lieber, aber auch so geht es. Zoom macht es möglich in heutigen Zeiten ja schon eigentlich üblich, oder? Ist ja nicht der erste Zoom-Call, den du hast, oder? Nein, ist nicht der erste, aber es war jetzt durch die Präsidiumssitzung eine sehr umfangreiche Zoom, aber es war okay. Wir werden es kurz halten. Gerhard, du kannst uns einen Überblick geben, wie wird es aussehen? Der Sportminister Kogler hat heute schon anklingen lassen, von der Regionalliga abwärts wird es keine Spiele mehr geben. Stimmt das? Wir haben heute einen einstimmigen Beschluss gefasst, dass wir die Meisterschaft beenden und die Bewerbe quasi nicht mehr weiterspielen können. Was gleichbedeutend damit ist, dass es keinen Meister gibt, dass es keinen Absteiger gibt und keinen Aufsteiger gibt. Das heißt, wir spielen mit den gleichen Mannschaften auch in der nächsten Saison. Ist da jetzt okay? Okay, das ist einmal das Erste, was man sagen kann. Es wird quasi mit den gleichen Vereinen gespielt, die quasi im August im vorigen Jahres angefangen haben zu spielen. Die 16. Es wird keine Aufstockung geben, weil es eben keinen Aufsteiger gibt. Es wird keinen Aufsteiger geben, so wie bei uns Rabid Wind 2 zum Beispiel, dann in die Bundesliga. Könnte es da nicht sein, dass man ein paar Probleme kriegt mit Mannschaften wie zum Beispiel einer Viener, die in einer Stadtligameister oder Erster ist, weit vorne unbedingt aufsteigen wollte und so. Hat man sie da rechtlich auch abgesichert irgendwie in den Verbänden, im Verband? Ja, man hat ja an und für sich eine Expertise verfassen lassen und auf Basis dieser, wo halt die meiste Rechtssicherheit besteht, wurde diese Entscheidung getroffen. Sie wurde ja nicht vielfühlig getroffen, sondern auf Basis von Verurteilungen von Juristen, die, glaube ich, da das ziemlich fundiert auch bestätigt haben, dass das die einzige mögliche Variante ist, die auch rechtlich hält. Die Variante zum Beispiel mit einem Aufsteiger, also aufsteigen lassen die Vereine, aber nicht absteigen lassen, wäre keine Variante gewesen für euch? Das ist keine Variante. Du kannst nur eine Meisterschaft, die beendet ist, einen Meister küren oder einen Absteiger küren. Man kann mit einer abgebrochenen Meisterschaft keinen Meister und keinen Absteiger feststellen. Das ist nicht zulässig. Das ist nicht zulässig. Nicht Statuten, also es wäre Statuten widrig. Genau so ist es. Wie wäre es mit einer Fortsetzung zum Beispiel im Juni gewesen? Wäre das auch ein Thema gewesen bei eurer Diskussion oder war das eigentlich relativ klar und schnell, dass man das so handhabt? Klar und einstimmig. Also diese Beschlüsse sind einstimmig gefasst worden im Präsidium, dass die Meisterschaft abgebrochen wird und es genau diese Beschlüsse gibt. Wie gesagt, keinen Aufsteiger, keinen Absteiger, aber wir spielen mit den gleichen Mannschaften auch in der kommenden Saison. Gibt es da, das werdet ihr jetzt vielleicht nicht wissen als Verbandspräsidenten, aber Ausgleichszahlungen für Vereine quasi, die auch im Bahndorf, wo ja du auch lange Obmann warst und in Wahrheit und dann Präsident warst und in Wahrheit Gönner warst und auch viel Geld ausgegeben hast. Gibt es da irgendwie Gelder, Unterstützungen für die Vereine auch? Es wurde uns signalisiert vom Sportminister, dass es hier finanzielle Unterstützung gibt, aber nur in welcher Form und in welchem Umfang, ist bis dato nicht klar, aber hier gibt es Gespräche mit der PSO, Hans Nissel auf der einen Seite, mit den Dachverbänden und auch mit dem ÖFB, mit dem Sportministerium. Hier wird sicher ein Package erarbeitet, nur in welchem Umfang das sein wird und unter welchen Kriterien kann man jetzt natürlich nicht beantworten. Aber es wurde grundsätzlich Unterstützung zugesagt. Glaubst du, dass eure Entscheidung so angenommen wird, wie sie bei euch beschlossen wurde? Ich meine, sicher gibt es immer Leute, die dagegen sprechen oder die halt was besser wissen. Das kennen wir. Es gibt ja auch 8 Millionen Teamschefs in Österreich. Na schon, grundsätzlich geht es ja darum, dass wir nicht willkürlich entschieden haben, sondern auf Basis eines Rechtsgutachtens, das uns ja vorliegt mit einem Umfang von 63 Seiten, bittet den notwendigen Kommentar an. Und wir haben hier wirklich versucht, genau diese Rechtsmeinung auch quasi als Basis für unsere Entscheidung zu nehmen. Und das ist auch passiert. Das heißt, aufgrund dieser Expertise rechtlichen war uns keine andere Möglichkeit offen, als die, die wir gewählt haben. Ich sage danke, Gerd, für dieses kurze Statement gleich nach dieser Sitzung. Danke, dass du Zeit für uns gefunden hast, uns das einmal erklärt hast und Licht ins Dunkel gebracht hast. Ich glaube, jetzt können die Vereine auch endlich planen für die nächste Saison. Wann soll die stattfinden? Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass wir im Herbst starten können. Die Befürchtung, dass es eventuell nicht losgehen kann im Herbst, ist natürlich auch gegeben. Aber gehen wir im Moment davon aus, dass es bis zum Herbst dann zu einem normalen Start kommen kann. Gut, Gerd, danke für deine Wortmeldung. Danke dafür, dass du uns Zeit genommen hast, dass du uns das erklären hast. Und ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Und bei Ihnen, meine Damen und Herren, kann ich mich auch verabschieden. Bis zum nächsten Mal bei der dritten Liga bei uns hier auf KRONE AT und KRONE TV. Also, ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, kann ich mich auch verabschieden.